Hallo YouTube und Willkommen zu einer anderen Lesson von lernen in German. In unserer heutigen Lesson sehen wir einige lustige Jokes oder Witze in German. So, are you ready? Let's get started! Fahrgast Wo ist denn hier die Bahnsteig Nummer 5? Bahnbeamtin Ich glaube Zwitschen 4 und 6. Anruf bei der Hotline Kunde Ich benutze Windows Hotline Ja Kunde Mein Computer funktioniert nicht richtig Hotline Das sagten Sie bereits Was ist der Unterschied zwischen einem Theater und dem Bundestag? Im Theater werden gut Schauspieler schlecht bezahlt Welcher Vogel baut kein eigenes Nest? Fragt die Lehrer den Klaus Der Kuckuck Richtig Und warum nicht? Weil er in einer Uhr wohnt Ich hoffe, es war lustig und informativ für Sie Und ich möchte Sie für Sie sehen Und ich möchte Sie für Sie sehen Tschüss! Ich hoffe, es war lustig und Ich hoffe, es war lustig und Ich hoffe, es war lustig und Ich hoffe, es war lustig und